Trägst du deinen Lidschatten schon seit Monaten oder seit Jahren in derselben Form auf? Dann solltest du vielleicht darüber nachdenken, ob eine andere Form besser zu deinem Auge passen könnte. Falls dich interessiert, was ich genau meine, bleib unbedingt dran. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Falls dich generell Make-up-Tutorials interessieren, abonnier gerne noch hier unten rechts meinen Kanal, sodass du keine weiteren meiner Videos verpasst. Aber jetzt zum eigentlichen Thema des Videos. Was meine ich genau mit der Form des Lidschatten an deinem Auge? Naja, man kann den Lidschatten in verschiedenen Formen am Auge auftragen. Und je nachdem, wie man die Form wählt, wirkt das Auge anders. Damit meine ich nicht, dass das eine besser oder schlechter ist, aber vielleicht gefällt euch ja an euch selber eine der Varianten besser als die andere. Und ihr probiert seither nur eine der beiden Varianten aus und wisst gar nicht, wie die andere in eurem Auge aussehen würde. Deswegen möchte ich euch heute einladen, einmal das Ganze mitzuschminken. Einmal mit einem hellen Braunton, einem dunklen Braunton und einem Cremeton. Ist auch egal, ob der schimmernd ist oder matt. Damit ihr einfach mal seht, wie verschiedene Formen des Lidschatens an eurem Auge wirken. Ich werde an beiden Augen exakt dieselben Lidschatten und auch exakt dieselben Pinsel verwenden. Das einzige, was ich verändere, ist die Form. Damit ihr aber besser seht, was ich hier mache, hole ich euch ein bisschen ran, denn so auf die Entfernung sieht man das vielleicht nicht ganz so gut. Ich habe auf beiden Augenlidern schon mal einen Lidschatten-Base aufgetragen. Um auszuprobieren, welche Form euch besser gefällt, müsst ihr das natürlich nicht machen. Falls ihr aber den Lidschatten-Look länger tragen wollt, dann würde ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Die beiden Varianten, die ich euch heute zeigen werde, sind zum einen einmal die Möglichkeit, euer Auge so ein bisschen länger wirken zu lassen. Und auf dem anderen Auge werde ich euch zeigen, wie es möglich ist, dass euer Auge etwas runder aussieht. Wir fangen auf beiden Seiten an mit einer Farbe, die der eigenen Hautfarbe sehr ähnlich ist, damit es später einfacher ist, die Lidschatten in der Lidfalte auszublenden. Als nächstes benutzen wir einen hellbraunen Lidschatten, der in der Lidfalte aufgetragen wird. Das kennt ihr wahrscheinlich aus jedem anderen Lidschatten-Look auch. Was wir jetzt hier machen, ist, dass der Lidschatten nach hinten, also Richtung Augenbraue, so ein bisschen verlängert aufgetragen wird. Und wir gehen mit dieser Farbe nicht in den Innenwinkel, sondern enden hier irgendwo über der Iris. Dazu beginne ich erstmal komplett im äußeren Augenwinkel und trage die Farbe da erstmal ganz grob auf, ohne mir groß Gedanken darüber zu machen, sie nach vorne oder nach hinten zu blenden. Einfach nur im Kreis wird geblendet. Und von da aus ziehe ich sie dann zum einen in Richtung inneren Augenwinkel, aber nicht komplett rein, sondern wirklich nur bis oberhalb der Iris. Und zum anderen ziehe ich die Farbe nach hinten, ähnlich wie so ein Eyeliner. Wie immer bei Lidschatten, lasst euch einfach richtig viel Zeit beim Verblenden. Genau die gleiche Farbe nehme ich jetzt auch am anderen Auge. Da trage ich sie allerdings wirklich in der kompletten Lidfalte auf und ziehe die Farbe auch nicht nach hinten, sondern trage sie wirklich nur in einer runden Form um das Auge herum auf. Auch hier könnt ihr erstmal hinten in der Lidfalte starten, da die Farbe dort am intensivsten sein muss. Und zieht sie dann nach vorne. Beim Auftragen des Lidschattens muss euch immer klar sein, was die Farbe bewirkt, die ihr gerade auftragt. Eine dunkle, matte Farbe bedeutet zum Beispiel immer, dass der Bereich, den ihr damit anmalt, in den Hintergrund tritt. Wenn ihr eine helle oder auch eine schimmernde Farbe benutzt, wird die auch immer in den Vordergrund treten, größer wirken und einfach betont wirken. Darauf wird die Aufmerksamkeit gezogen. Weiter geht es jetzt mit einer dunklen Lidschattenfarbe, also einem dunkelbraunen Ton, der auf dieser Seite hier, wo das Auge länger wirken soll, auch in einer verlängerten Form aufgetragen wird. Diese Form erinnert fast schon an einen Eyelinerstrich. Sehr breit, aber sehr gut ausgeblendet auf jeden Fall. Auch hier könnt ihr wieder im össeren Augenwinkel starten und das ein bisschen nach außen ziehen. Dieser Lidschatten wird aber in keinster Weise Richtung Lidfalte gezogen, sondern wirklich nur innerhalb dieser Eyelinerform aufgetragen. Wenn ihr Schlupflider habt, so wie ich hier an der Seite, kann es hilfreich sein, so eine Art kleine Treppenstufe einzubauen, sodass der Eyeliner trotzdem gerade bleibt, wenn man gerade ausguckt. Und zum Ausblenden könnt ihr natürlich auch den Pinsel von vorher zur Hilfe nehmen. Auf der anderen Seite bleiben wir für die runde Augenform richtig schön in der Lidfalte drin. Ihr tragt den dunklen Lidschatten also einfach im hinteren Bereich der Lidfalte auf und verblendet den dann mit Vor- und Zurückbewegungen direkt in der Lidfalte. Und ihr drückt quasi euren Blenderpinsel richtig in die Lidfalte rein. Ihr könnt ja mal mit dem Finger spüren, wo genau euer Knochen liegt. Und natürlicherweise wird euer Blenderpinsel genau unterhalb dieses Knochens bleiben. Wenn ihr den da einmal ansetzt, spürt ihr genau, wo der lang laufen muss, damit er in der Lidfalte bleibt. Und ich denke, allein schon nach den zwei Schritten kann man jetzt sehr gut schon sehen, was das jeweils für einen Effekt macht. Das Auge hier wirkt deutlich enger, aber runder. Und das Auge hier wird schon mal deutlich verlängert allein durch die Platzierung des Lidschatens. Verstärkt wird der Effekt jetzt mit Lidschatten am unteren Wimpernkranz. Auf dieser Seite hier trage ich erstmal den hellbraunen Lidschatten auf, fange da außen an. Ich setze außen an und ziehe den auch so ein bisschen Richtung inneren Augenwinkel. Lasse aber den allervordersten Bereich direkt hier im inneren Augenwinkel frei. Auf der anderen Seite wird der Lidschatten einfach komplett am unteren Wimpernkranz aufgetragen. Um den Effekt des runden Auges zu verstärken, kann man diesen hellbraunen Lidschatten im inneren Bereich des unteren Wimpernkranzes auch nochmal ein bisschen breiter auftragen als links und rechts. Übertrieben gesagt bekommt der Lidschatten dort dann eine abgerundete Dreiecksform. Das soll es aber noch nicht gewesen sein. Wir brauchen natürlich auch noch den dunkleren Braunton, den wir an der verlängerten Seite wirklich nur im ganz äußersten Bereich auftragen. Das soll quasi Ober- und Unterlid nur so ein bisschen zusammenfügen. Wohingegen auf der anderen Seite der Lidschatten ruhig bis zur Mitte und vielleicht sogar noch ein Stück weiter nach vorne gezogen werden darf. Um den verlängerten Effekt auf dieser Seite zu verstärken, trage ich auch noch ein bisschen dunkle Lidschatten hier im inneren Augenwinkel auf. Das kriegt dann so ein bisschen den Vibe eines Cat Eyeliners. Normalerweise würde ich jetzt auf das bewegliche Augenlid auf die beiden Seiten einen Schimmerlidschatten machen. Das kann man aber nicht mehr so gut vergleichen, deswegen nehme ich jetzt hier einfach einen matten, cremefarbenen Lidschatten, damit man einfach den Unterschied besser sehen kann gleich. Auf der verlängerten Seite trage ich diesen Lidschatten nur auf dem inneren Bereich des Augenlids auf, aber dafür bis ganz nach vorne. Und auf der anderen Seite kommt dieser Lidschatten auf das bewegliche Augenlid, aber sehr zentriert, also sehr mittig. Er wird zwar hier auch ein bisschen nach links und rechts gezogen, einfach bis dahin, wo der hellbraune Lidschatten aufgetragen ist, aber reicht lange nicht so weit bis in den inneren Augenwinkel, so wie hier, da dieser Bereich ja komplett freigelassen wurde. Damit sind wir mit dem Lidschatten für die beiden Seiten durch. Ich trage jetzt auf beiden Augen noch Mascara auf, keine falschen Wimpern, um das Ergebnis besser sehen zu können und dann sehen wir uns gleich wieder im rausgesumten Zustand. Ich denke, insbesondere mit ein bisschen Abstand kann man jetzt sehr gut den Unterschied zwischen den beiden Seiten sehen. Auf dieser Seite hier sieht das Auge viel länger aus durch die Art des Lidschatten und auf dieser Seite sieht das Auge viel runder aus. Ich möchte jetzt auch keine Variante besser oder schlechter darstellen, das hängt vielleicht auch einfach ein bisschen davon ab, wie ihr wollt, dass eure Augen wirken. Je nachdem, was für eine Augenform ihr habt, kann es bei euch ganz unterschiedlich wirken, als zum Beispiel bei eurer besten Freundin oder so. Und falls ihr jetzt mitgeschminkt haben solltet, schreibt mir mal in die Kommentare, welche der beiden Varianten euch besser gefallen hat. Ich hoffe sehr, euch hat dieses Video gefallen und auch weitergeholfen, dass ihr einfach nicht jedes Mal das Gleiche macht, sondern vielleicht auch neue Dinge ausprobiert und immer wieder guckt, was euch an euch selber gefällt. Wie schon gesagt, gibt es kein richtig oder falsch bei Make-up. Ihr müsst euch einfach selbst gefallen und ihr sollt einfach Spaß am Make-up haben. Falls ihr dieses Video hilfreich fandet, gebt mir unbedingt einen Daumen nach oben. Hier unten rechts könnt ihr meinen Kanal abonnieren, um keine weiteren meiner Videos zu verpassen. Außerdem verlinke ich euch hier oben rechts noch eins meiner Videos, sodass ihr auch jetzt sofort weiterschauen könnt. Ich hoffe sehr, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss! 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 Tschüss!